Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 Rise of the Republic. Letztes Mal wurde mein General getötet von einem von den damals noch drei, jetzt sind es nur noch zwei. Aber trotzdem nerv, nerv, nerv. Und die römischen Abtrünnigen haben hier ein bisschen was schnabuliert. Die heiern wir jetzt an und greifen dann nächste Hunde wieder zurück. Mit denen... Mit denen gehe ich mal da hin. Könnte sein, dass der mich angreift, aber das wäre idiotisch von ihm. Da unten ist auch noch mal was. Hier kann ich jetzt ein bisschen was aufbauen. Hier ist ziemlich viel Manufaktur vertreten. Ja. Gut. Alalalala. So, also noch mal zurück. Iol... I... Yalobaba. Armee zerstört. Bau abgeschlossen. Vergemeuchelt. Siedlung verloren. Entschuldigung. Bündnis geschlossen. Provinz umstritten. Blablabla. Neue Partei gegründet. Neue Partei gegründet. Ja, das ist minus 40. So. Charaktere. Warte mal. Wie heißt der? Sekundus. Sekundus. Du bekommst jetzt mal eine Flotte. Sekundus. 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 Du bekommst mal eine Flotte hier. Ähm. Dann kann ich den schön... Sekundus. Das ist ja... Fulius. Äh. Rufus. Ähm. Du... Warte. Rufus. Rufus. Rufus hier Politiker. Das sind alles Politiker. Das ist... Krass. Genau. Flotte aufstellen. So. Super. Das ist mein General. Sind die beiden jetzt auch meine generelle? Ja, und... Ja. Super. Hm. Genau, das haben wir ja. gemacht. Dann... Du gehst jetzt Richtung... Norden. Du... Scouts hier mal weiter. Du machst mal hier das. Du machst nix. Du machst nix. Du machst nix. Du machst... Mh. Wenn du raus gehst. Minus 1. Ok. Krass der macht. Iplus 19. Du gehst nach hier. Äh. Du... Die grünen Legionen. Du gehst hier rüber. Äh... Die greift nächstes Mal an. Und... Fertig. Hm... Das hab ich ja nicht gebaut. Ich muss mal... nochmal schauen mit... den Siegbedingungen. Weil ich hab noch nie, ähm, also wenn ich privat spiele, spiele ich eigentlich nie mit, äh, ja, so, so vielen Bündnissen. Wieso greift er mich an? Das ist doch dämlich. Das ist doch wirklich dämlich. Also der hat zwar mehr Einheiten als ich, aber schau mal, die, die... ähm, zeug ich das Spiel? Das soll jetzt... Ja, komm, ich spiele das. So, da bin ich wieder zurück. Ähm, ja, wir werden das kämpfen, weil sonst ist die Zenturie tot. Und das ist nicht gut. Warte, Handy weg. Gut, äh, das, das Gute ist, dass hier die beiden, ähm, äh, Skorpione, die sind stationär und er greift an. Das heißt, ähm, GG! Er kann das nicht, ups, bisschen laut, Entschuldigung. Ähm, das heißt, er kann das nicht, ähm, ja, benutzen. So, so, befestigungen. Alter, wie viele befestigungen kann ich denn auf? Entschuldigung. Äh, machen. Ähm, ganz ehrlich, das wäre so cool, die, die da, ich hier aufzustellen. Und dann, da, dann, oder hier, so, der Feind kommt und hier kommen die Bälle runter. Ja, naja. Ich hab ganz vergessen, dass ich so einen coolen General hab hier. Aber ganz ehrlich, das, das bringt mir gar nichts. Weil, ähm, das bringt mir hier gar nichts, weil, ähm, ja, ich die nicht brauchen. Also, warte, ich, ich mach mal hier die, die Flanke zu. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich brauch das nicht, äh, weil, ähm, ich, ich, ich will ihn definitiv flankieren und dann, ähm, ist es nicht ganz so vorteilhaft, wenn ich dann in meine eigenen, äh, Dinger reinlaufe. Äh, so, meine eigenen, äh, Befestigungen. So, äh, wie ich ihn hier, so, eine Information, die da gehen nicht hier hin, äh, diese Maus, ne? Und starten. Das ist, äh, cool, gut, äh, wir sind gleich wieder da. So, ja, Hallöchen, da bin ich wieder. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was momentan mit meinem Computer los ist. Ähm, das ist, also momentan ist es echt schlimm mit meinem Computer, weil, ähm, ja, das ist, also, mit OBS habe ich keine Ahnung. Keine Ahnung, was da los ist. Ähm, ich kann zum Beispiel jetzt, also, ähm, 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 äh, beim... Ach, die Maus? Äh, die Maus funktioniert nicht mehr gut, ähm, die, äh... was ist denn los so hallo und herzlich willkommen zurück ja ich muss das automatisch machen weil ich kann das spiel nicht spielen ich kann das gefecht nicht spielen aber wenigstens hat er überlebt ich weiß gerade wirklich nicht was mit dem pc los ist also zb bei 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 dingster boomster bei shatter of the tomb rider was ich gerade auch am laufen habe das kann ich unser kampf wird böse ja für dich das kann ich gerade nicht spielen weil aus irgendeinem grund ist es so rucklich dass ja ich habe nicht spielen also auf dem pc kann ich spielen aber ich kann es nicht aufnehmen weil das bei obs so ruckelt und es bringt gar nichts wenn ich ja obs bei obs die qualität herunter mache das ist eben schneller läuft und niedrigere qualität und es bringt auch nichts wenn ich bei tomb rider die und warum habe ich jetzt plötzlich wieder niedrige warte lass mich raten falsch geraten okay ich hätte jetzt gesagt dass du sich irgendwo wieder keine ahnung so eine sezession hat genau also obs ignoriert voll die qualität vom video also das ist total egal und wieso hat er jetzt plötzlich wieder vollsteig das ist so mann tschuldigung dass ich gerade so so rumheule ähm das nervt ja gerade nur tschuldigung dass ich da ist ja in ordnung aber warum hat er jetzt so eine krasse okay alles klar alles klar alles klar so warte ich tötte ich jetzt auch noch sehr schön doch ohne dich ohne ohne die da hätte ich schon einpacken können aber die hatte ja 1 2 3 4 für 6 7 8 9 10 sterne dies auch 61 so nochmal kurz den rest weg machen dann diesen rest weg machen so das finde ich eigentlich gerade echt ich hätte es da habe ich gerade nicht dran gedacht ich finde es aber gut dass der diese einheit nicht getötet hat beziehungsweise oder hat sie ich habe nur noch nur noch wenig egal in vier runden kann ich hier nochmal nachrüsten minus 20 eroberungen ok dann ist es ja wirklich positiv hier und jetzt habe ich auch wieder positiv nahrung aus gründen hey die sabine machen hier was was mir nicht gefällt dann klünder ich halt auch hier warte mal ja ich meine das ist das falsche ich will hier mal kurz schauen ah krass ok endlich gehört das mal wieder mir das ist gut ich soll jetzt ok ok das ist mein general das ist mein general deswegen ich gehe mal hier hin ok momentan noch paar hügelmänner 4000 genau also wie gesagt ich muss wirklich jetzt mal schauen um vorhanden das liegt beziehungsweise ich habe eigentlich schon geschaut und ja keine ahnung ich weiß wirklich nicht woran das liegen könnte naja das ist halt damit tue ich mir ehrlich gesagt momentan bisschen schwer ja weil ich bin jetzt mhm an so'n oh nochmal an so'n punkt angelangt also klar ähm ich äh muss halt schauen also ähm ich mache ja gerade meine Meisterausbildung und also dieses jahr ist äh ist meine Meisterprüfung und so weiter und danach bin ich Meister und ähm ähm das Problem ist dass äh mit youtube das heißt das macht mir super viel spaß und ähm ähm äh das will ich auch unbedingt weitermachen aber es ist halt extrem zeitaufwendig und das ist halt äh so genannte tote zeit ähm das heißt das heißt ähm ja alles in die bekomme ich nicht bezahlt und Prozent bisher irgendwo klar also ähm das heißt was macht mir der jetzt da Kind äh Kind geboren das hört man immer wieder sehr gerne ähm genau äh das ist das ist halt gerade tote zeit äh das heißt ich bekomme gar nix dafür also außer ähm ich habe halt mega Spaß daran und macht es super gerne wie viel gibt es hier irgendwie Kavallerie ne leider nicht ich mache es auch äh super gerne aber das äh Problem ist halt wirklich das ähm ja also es gibt halt äh Prioritäten oder man man muss sich halt einfach Prioritäten setzen und ähm dann ist ja auch die die Frage ähm mit den ganzen Kosten die man hat und man man hat sehr viele Kosten ähm sei es jetzt ähm ja die ganzen neuen Spiele zu kaufen das ist ja auch immer sehr viel Geld und dann auch noch ähm ja einfach einfach die Zeit und eben den PC muss man halt auch immer äh so halten das ist äh das hat die neuen Spiele äh äh ja spielen kann also und das äh es reicht ja nicht mal ähm es reicht ja nicht mal äh die Spiele spielen zu können sondern man muss halt so viel Leistung haben das dass 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 man gleichzeitig noch aufnehmen kann oder aufnehmen kann sagen und das ist halt das ist mein Problem momentan ich muss halt schauen schnell speichern und ich probiere jetzt mal das zu spielen ich hoffe ich kann das spielen weil ja keine Ahnung weil die letzten konnte ich nicht spielen und er hat halt extrem viele Fernkämpfer und ich hab ich hätte hier wirklich eine Kavallerie nehmen sollen wobei eine Kavallerie gegen so viele Fernkämpfer ist auch nicht wirklich super Regen macht glaube ich gerade warte ich versuche Nebel zu machen trocken 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 Regen ja ok dann greifen wir halt bei Regen an Ok der stellt sich Entschuldigung der stellt sich meistens hier auf dann stell ich mich mal hier auf und hier und hier und hier um um was sind das denn für Quatschköpfe so So, hier geht da entlang, hier geht er da entlang, hier geht er da entlang. So. Ich erwarte eure Befehle. Komm, redet du bereit! Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Ich erwarte eure Befehle. Ich erwarte eure Befehle. Ich erwarte eure Befehle. wurden entdeckt. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Glocken, Schürzen, Schürzen! Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Glocken, Schürzen! Fertig! Verkären! Ja, von hinten, von hinten kommen die, interessant. Ja, dann ist ja ganz, ganz praktisch, dass ich jetzt hier rumgehe, ne? Aber bei den ganzen Bogenschützen, die halt jetzt wirklich platt, das ist richtig gut. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Ja, langsam sollte ich hier mal weggehen. Unser General wird angegriffen. Ja. 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 wir haben die versteckten feindlichen einheiten entdeckt sehr gut schnell 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 sehr gut jetzt alle hier rein so jetzt kommt erst mal die die richtige schlacht wo soll ich mich am besten wir haben die versteckten feindlichen einheit aufstellen am besten hier am besten hier unten oder warte 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 am besten hier am besten hier das ist gut das ist das ist gut so die fernkämpfe hier wir haben die versteckten feindlichen einheit entdeckt weil da kann man sehr gut rein schießen so die klo angreifen schön und schönen aus manövrieren für ja ja einfach angreifen hier von hinten ist auch jetzt einer der hat er glaubt hier auch ein bisschen auch Zum Glück ist der Tom. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Abweckung. Kampfbereit und billig! So. Die Kämpfer sind bereit! Vogelschütze! Ahem. Hm. Hm. Das ist mir nicht ganz so gut. Das ist ein schändlicher Abweckung. 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 Sie werden wir umfluten! Ja. Komm. Schießt! Mh... Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schädlicher Anweck. Irgendwie... die Maus ist... Die wird immer schlechter, je länger ich gerade spiele. Wir verlieren Boden. An die Waffe! Ich erwarte unsere Befehle! Befehle! Ausdrücken! So, ja, okay. Dann gebe ich mal Niederlage zu und hoffe, dass mein General überlebt. Aber sieht nicht so aus. Gut, aber ich habe ihn ziemlich viel abgenommen. Das ist auch... eher... nur so eine kleine Ausrede, ne? Dass der halt jetzt wirklich die komplette Garnisons-Armee wieder hat, ne? Ja... Muss ja nicht. Na gut. Äh... ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, trotz allem. Ähm... Ich hoffe, euch hat's ein bisschen gefallen. Ich werde mal... ja... schauen, was ich mit der... ja, mit meinem Computer macht, mit meiner Grafikkarte. Aber solange, äh... Romtotalvar weitergeht, ähm... das frisst ja wirklich, äh... nicht viel... ähm... ja... Platz, beziehungsweise Grafikspeicher. Und, äh... ja... Genau. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye. Tschüss.